Hallo! Ein Fikman hat uns geschrieben, ihm sei der Wechsel seines DSL-Anbieters so einfach. Da müsst ihr ja doch alles nostalieren. Fikman, das hier ist Ihr DSL-Modem. Oder besser gesagt, unseres. Nein, 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 nein! Denn wenn Sie zu uns wechseln, erhalten Sie zu Ihrem Code Einen persönlichen Star-Modem. Zuhause dann ein neues 1&1-Modem. Gebraus, einfach altes Modem. Gebraus, 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 Gebraus. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Äh... Star-Modem eingeben und der Mod-Code installiert sich vollautomatisch ganz von allein. Ist nicht. Ist zu kompliziert, Fahrer, geht's nicht. Internet und Telefon volle 24 Monate für 999 im Monat. Jetzt wechseln und 100 Euro Bonus sichern. 1&1.de